Und damit ein herzlicher Willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal. Wir werden heute ein wenig Hypixel Badwars spielen und versuchen zu gewinnen, was aber nicht so einfach wird. Weil morgens immer alle Schwitzer online sind. Juhu! Und ich bin kein Schwitzer. Ich bin nicht gut in Hypixel Badwars. Okay, das ist ein schneller Spawner auf... Keine Ahnung, wie die Map heißt. Dann bauen wir jetzt unser Bett ein. Ah, schnell das Spawner gefallen mir immer sehr. Okay. Dann gehen wir doch mal zu Ping. Der Typ hat auch schon versucht zu britschen. Okay, und das sollten wir das erste Bett auch gleich schon mal haben. Sehr gut. Erster Gegner eliminiert. Das gefällt mir. Ganz schön laut. Ich bin das gar nicht gewohnt, dass ich Sounds anhabe. Normalerweise spiele ich immer ohne Sounds, aber ich dachte, für das Video machen wir mal Sounds an. Wenn ihr Tipps habt, wie ich besser in Hypixel Badwars werde, dann schreibt die doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr über ein Abo und einen Like freuen, wenn euch das Video gefällt. Wenn wir die 20 Likes auf dem Video schaffen, dann kommt noch eine Folge Hypixel Badwars, aber mit jemand zusammen. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Der Typ hat Endstone. Und ich? Gar nichts. Pickaxe kaufen. Holspitzhacke. Und dann können wir gleich noch ein bisschen Wolle kaufen und ein Feuerball. Feuerball. Chi, chi. Nächsten Gegner weg. Muss man Eisen schenken. Junge, das Bett ist schon weg. Bist du blöd? Oh, meine Güte. Der Typ dachte echt, ich habe das Bett noch nicht abgebaut. Perfekt. Gehen wir doch mal zu dem rüber. Gucken wir mal kurz die Ressourcen, die wir nicht brauchen, in die Ender-Chests. Nein! Ah, Gott! Also, Hypixel-Kombos sind immer recht random, habe ich das Gefühl. Manchmal bekommt er eine richtig krasse Kombos. Und manchmal kackt man komplett ab. Also, das ist dann schon ein bisschen, hm, komisch auf jeden Fall. Aha! Aha! Ist du packt? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Na, komm doch mal runter. Yo! Yo! Es spielt mit Knockback-Stick. Das ist richtig eklig. GG. Ja, erste Runde. Naja. Wie viele Betten abgebaut? Und ich glaube, zwei und ein paar Kills gemacht. Ist völlig okay. Aber dieser Sub-Pack, der war schon ein wenig Suspekt. So, versuchen wir gleich mal in die Mitte zu kommen. Und dann direkt zu Blau zu rushen. Ja, moin, jetzt der Meister. Ich weiß nicht, was deine Mission ist, aber... Nö, ich gehe garantiert nicht zu dir. Ich baue mich einfach, äh... Warum? Machst du jetzt einen TNT-Jump? Ja, das war wohl nicht so schlau auf Neusch. Nein! Oh! Lockklatsch. Jo, er nennt mich, kommt der Tops, aber das Bett habe ich. Okay, was macht er jetzt? Wui! Gigi. Also, ich glaube, TNT-Jumps muss der BNX-TW noch ein wenig üben. Oh, das sieht mir stark nach Gott-Deutsch aus. Ja, tsch, tsch, tsch. Habe ich ihn wohl weggeblockt noch? Er schreibt NN in den Chat. Tschüss. Er tut, glaube ich, nicht kommen sehen. Okay, vielleicht hätte ich nicht auf die Tat mich tut, gekillt. Eieiei, das ist schon hart. Oh, Gott! Ah! Oh! Ich glaube, ich muss Butterfly noch ein bisschen üben mit meiner neuen Maus. Also, wenn man so gut und mit Quick kann ich auch jemanden tösten. Ne, Gigi. Okay. Das war's dann wohl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann, ciao, ciao!